Ich halte einen kurzen Vortrag, ich hoffe, er bleibt tatsächlich kurz, über ein kleines Stückchen Git-Workflow, was sich bei mir ergeben hat, vor ein paar Wochen. Und das war ein Ding, was mir schon immer ein bisschen Dorn im Auge war, deswegen bin ich ganz froh, dass es jetzt zumindest vorangeht. Es ist noch irgendwie nicht perfekt, aber es geht voran. Erstmal kurz zum Szenario. Ich arbeite in einem Git-Repository. Klar, ich arbeite in meinem eigenen Working-Branch, da kann ich rebasing, wie ich lustig bin. Der ist zwar in einem Pull-Request, aber den kann ich forst pushen. Das ist eine Voraussetzung, soweit ich das nicht kann, ist alles zunichte, was ich jetzt sage. Und ich hätte gerne eine hübsche History. Wenn es egal ist, wie man eine History aussieht, weil das eh nur ein Gammelprojekt ist, dann ist es mir egal. Aber wenn das gereviate werden soll, was da passiert, dann ist es auch wichtig, dass man nicht tausend kleine Commits hat, die eigentlich überhaupt gar keine semantische Änderung tragen und dass vielleicht auch die Messages alle, die Commit-Messages alle so sind, dass man verstehen kann, was da drin passiert. Dass Refactorings irgendwie ein bisschen gruppiert sind und so weiter und so fort. Und eine Sache, die da mir relativ häufig passiert und ich glaube, die einfach häufig ist, sind kleine Änderungen im Nachhinein. Ich habe ein Repository, das hat irgendwie einen Master-Branch, das ist eigentlich relativ egal und ich habe meinen eigenen Working-Branch. So, und ich arbeite an meinem Working-Branch, ich mache einen Commit C, hacke die Hack, ich mache einen Commit D und dann stelle ich fest, okay, hier ist jetzt ein kleines Problem im Code. Also zum Beispiel, ich habe mich in einem Kommentar vertippt oder ich möchte eine Variable vielleicht doch anders nennen oder ich möchte einfach noch einen Kommentar hinzufügen oder irgendwie eine kleine Sache, die wirklich nicht groß ist, die ich einfach nur mal kurz am besten wegcommiten, damit sie weg ist. Und da hatte ich das Problem, dass das häufig so dazu geführt hat, ich habe das dann da hingeschrieben, da war es im Prinzip in meinem Working-Cree Dirty drin und da wusste ich nicht so richtig, was ich damit machen soll. Also, committet man es dann einzeln kurz weg, dann hat man irgendwie so einen Commit da rumliegen, der nicht so richtig vermittelt ist oder da gibt es irgendwie so ein paar verschiedene Varianten. Okay, wenn das Problem, nochmal zurück, das Problem, was ich dann finde, das ist üblicherweise in einem der Commits, an dem ich gerade arbeite. Also ich habe dann in einem meiner Commits, die auf meinem Working-Branch sind, vergessen, irgendwie ein kleines Stückchen anders zu machen, als ich es eigentlich ultimativ haben will. So, wenn das kleine Problem zu meinem Commit D gehört, also hier hinten hin, dann ist es trivial, dann kann ich das Commit im End machen, dann habe ich hier einen D'', da ist das mit drin, was ich anders haben will und dann habe ich kein Problem. So, schwierig wird es erst, wenn das zu einem Commit C gehört, der nicht der letzte in meiner History ist, sondern auf dem schon irgendwie andere Sachen drauf basieren. Und jetzt gibt es erstmal die triviale Lösung, ich mache einfach einen extra Commit, also ich habe irgendwie meine kleine Zeile geändert und ich mache den Commit eh hin und dann ist das halt in dem kleinen Commit drin, dann ist halt der Fixed Typo. Aber, ja, das widerspricht sich ja mit hübscher History, ich habe echt keine hübsche History, wenn ich dann irgendwie ständig Commits drin habe, irgendwie Rephrased Comment oder Fixed Typo oder so, das will man eigentlich echt nicht haben, das macht es nicht hübscher beim Review. Und was lange mein Workflow war, war, ich committe das in einen Commit eh und dann mache ich give rebase minus i und dann squash ich das zusammen. Das kann ich einfach kurz mal demonstrieren, wie das ungefähr aussieht und dann kann ich später dann zeigen, wie es richtig geht. Ich sage hier, ich habe einen, so, das ist hier drin und dann habe ich hier irgendwie noch büge ich einen stf ein. So, jetzt habe ich hier einen Commit, den committe ich einfach mal kurz weg. Im Vortrag 2 ist das drin, okay, Vortrag 2, so, das füge ich hier hinzu, da ist es weg und danach arbeite ich an irgendwas anderem weiter, wie zum Beispiel an meiner Datei Vortrag 1, okay, so, other work, so. Klar, jetzt habe ich eine History und dann stelle ich irgendwann später fest, ach scheiße, ja, jetzt Tippfehler, das hätte ich anders schreiben müssen, das ist ja doof, müsste eigentlich so sein, wenn ich das hier habe, dann habe ich jetzt in meinem Status hier, okay, da habe ich, habe ich das drin und es, naja, wie kriege ich das jetzt hier weg und ich möchte das ja, ich möchte das ja im Idealfall direkt in diesen Commit hier rein haben. Okay, was kann ich machen? Ich kann den git rebase minus i machen. Du musst erst mal committen. Ja, ich muss erst mal committen. Und zwar, ups, ich möchte ein interactive rebase, sodass diese beiden hier zusammen gesquasht sind, das kann ich machen, indem ich git interactive rebase mache, also rebase minus i und dann von wo nach wo, dann habe ich hier dieses hübsche Fenster, dann kann ich dieses Fix-Tipp-Fehler hier hinmoven und mache Squash. Das ist das, was ich lange Zeit gemacht habe. So, das funktioniert, aber das ist scheiße, weil erstens, ich muss selber wissen, wo muss das hin, dann muss ich das Einzelne im Commit schreiben und dann muss ich, wenn ich das hier so mache, kriege ich jetzt gleich ein Fenster, in dem er sagt, was soll die Commit-Message von dem neuen gesquashten Commit sein und der Vorschlag ist dann die Kombination aus den beiden. So, hier gibt es ein bisschen besser, man kann hier Fix-Up-Hinschreiben statt Squash. Das ist dasselbe wie Squash, nur dass er die Commit-Message vom zweiten Ding verwirft und dann habe ich zumindest schon mal einfach dieses Ding hier, diese kleine Änderung mit in meinen vorigen Commit reingekriegt. Das ist immer noch wirklich nicht super. So, nächst bessere Variante hat mir Shobagan vor einer Weile demonstriert. Man kann Fix-Up-Commits machen und zwar kann man, ich glaube, Moment, ich muss das einmal kurz rückgängig machen, so, ich habe jetzt hier mein, das gefixte Tippfehler habe ich hier in meinem Staging Area und, jetzt muss ich mal kurz überlegen, wie ich das ein bisschen demonstriere. Also, man kann ein Git-Commit-Minus-Minus-Fix-Up machen, dann macht er einem das selber. Also, dann macht er einem einen Commit, der automatisch später reingefix-Up wird. Das ist okayer. Ich kann jetzt hier machen ein Minus-Minus-Fix-Up und das Fix-Up soll passieren in dieses Commit. So, das kann ich machen. Das ist, äh, ups, boah, was ist das? So, wenn ich das hier so mache, dann macht er ein Commit mit dieser Commit-Message, die mit Fix-Up-Ausführungszeichen anfängt und dann mit der Commit-Message von dem, wo es reingefix-Up werden soll. Wenn ich jetzt, äh, keine Ahnung, so, wenn ich jetzt Git-Rebase-Minus-I und dann Minus-Minus-Auto-Squash mache, dann kommt er selber auf die Idee, okay, das hier ist ein Fix-Up-Ausführungszeichen-Ding, das soll ich scheinbar hier rein fix upen, dann ist das da drin und das ist auch schon mal wieder ein bisschen besser. Damit bin ich den Schritt los, dass ich das selber managen muss und man kann hier natürlich auch eine Weile aufbewahren, einfach die Fix-Up-Commit und dann einmal alle wieder zusammenschmeißen, das ist okayer, aber ich habe immer noch das große Problem, und das ist eigentlich das größte Problem daran, ich muss selber rausfinden, in welchen Commit muss das jetzt rein. Ich habe hier zu irgendeinem Zeitpunkt, habe ich hier einen Commit gemacht, in dem ich hier Tippfehler hinzugefügt habe und dann habe ich einen zweiten Commit, der genau diese eine Zeile hier fixt. Und eigentlich ist das theoretisch ein lösbares Problem, habe ich mir gedacht. Man kann sich ja überlegen, was sind die Änderungen, die notwendig sind für einen Commit, dass ich ihn machen kann. Zum Beispiel um diesen Commit hier, in dem diese Zeile auf das korrekte Wort Tippfehler geändert wird. Um das überhaupt irgendwie da drauf zu packen, muss ja das Wort Tippfehler, was da vorher stand, erstmal dastehen. Das kann man rausfinden. Dafür gab es lange kein Tooling und dann hat irgendwann Anfang Januar oder sowas in der Richtung, hat jemand dankbarerweise GitDeps gebastelt. Das ist ein Tool, was einem genau diese Dependencies zwischen Commits sagt. Zum Beispiel, ich habe jetzt hier meine Commits und dieses Fixup-Ding hier, will ich wissen, auf welchen Commits dependent der und dann sagt er mir, alles klar, erstens auf dem Ding, wo überhaupt irgendwie Content reingeschrieben wurde, klar, und zweitens auf dem Add-Tipp-Fehler-Ding. Jetzt hat man meistens, ich arbeite hier auf meinem Working-Branch, ich mach das einmal kurz. Ich bin jetzt auf einem neuen Branch, Working-Branch und ich degradiere einfach mal kurz den Master wieder zum Initial-Commit, indem ich ihn hard-resette. Jetzt ist mein Master-Branch wieder auf dem Vortag Slides und mein Check-Out Working-Branch hat diese weiteren Sachen. Mich interessieren eigentlich nur diese Commits hier, weil alles andere kann ich eh nicht mehr verändern, zumindest nicht mit dem Rebase. und dann kann ich in meinem Git-Deps, er sagt immer noch, das sind diese beiden, auf dem das dependet, aber ich kann sagen, erst exclude alles, was im Master schon drin ist. Und dann ist es nur noch dieser eine Commit hier, auf dem das dependet. Und dieses Tool Git-Deps, das kann man noch komplizierter benutzen, wenn man seine Commits reordern will und so weiter und so fort, dafür ist es auch ganz nett, aber der erstmal initiale Nutzen für mich war, geil, der findet für mich raus, was ist der Commit, in dem die Zeile ist, die ich jetzt fixe, in dem ich die Variable eingeführt habe, die ich umbenennen will, oder indem ich den Kommentar geschrieben habe, in dem der Fehler ist, oder was auch immer. Und was ich mir dann gemacht habe, ist ein ziemlich simples Skript, eigentlich gar nicht so ganz wichtig. Die Idee, was es macht ist, ich habe hier meinen Tippfehler, irgendwelche andere Arbeit und ich stage die Changes, die ich irgendwie in die früheren Commits reinmatschen will, also in diesem Fall von da nach da, das stage ich, dann sage ich, mach mal gefix ab, dann sagt er mir, alles klar, habe ich jetzt hier rein gefix ab, zack. Weil es gibt nur diesen einen eindeutigen Commit, der die Dependency ist für den hier, ansonsten kann ich den frei rumschieben, wie ich will, und jetzt habe ich den hier drin, und irgendwann später kann ich ihn dann auto-squashen, sieht dann in meinem Workflow so aus, und dann ist er weg, und damit ist es jetzt gegessen. Wenn das nicht funktioniert, weil es zum Beispiel mehrere Commits gibt, auf denen der aktuelle gestagete Krams dependet, dann sagt mir, geht fix ab nur, da gibt es mehr als eins, da musst du selber entscheiden. Aber damit hat man schon mal eine bessere Basis. Wenn das irgendwie fünf sind, dann weiß ich, alles klar, das kriege ich nicht mehr irgendwie mit rein, das muss ich wahrscheinlich einzeln committen, oder muss es mir anders überlegen, dann muss ich wirklich darüber nachdenken, was da passiert. Aber bei mir ist der mit Abstand häufig vorkommende Case, dass es ein Commit ist, und da swasht das mit rein, und gut, und damit bin ich eigentlich ziemlich zufrieden, muss ich sagen. Das hat sich bisher schon halbwegs in den Workflow integriert, das ist ja immer so die Sache bei solchen Tools, dann bastelt sie sich zusammen, und dann steht man normal wieder fest, okay, habe ich dann doch irgendwie nie benutzt. Aber ich habe sicherlich schon, keine Ahnung, 15, 20 Mal jetzt bisher den Case gehabt, dass ich den fix abgemacht habe, und es war einfach weg, und ich musste nicht mehr darüber nachdenken, wo genau ich das jetzt ein Stopp machen. Und das ist alles. Okay, zwei Fragen. Ja, genau, das war meine erste Frage. Mein Skript, das ist eine gute Frage, vielleicht habe ich auch nicht mehr auf GitHub gepusht. Ich muss aber auch sagen, das Skript ist auch wieder so personally use ready. Also hier ist das komplette Skript, es ist 39 Zeilen lang, und ich vermute mal, es ist ziemlich unsauber, mit GitHub so zu arbeiten, wie ich es mache. Ich gucke, es gibt Debs da, sind gestagete Changes da, und wenn das der Fall ist, dann werden sie committed in ein Temporary Commit, auf dem wird Debs angewendet, um zu gucken, welche Dependencies sind da. Wenn das genau eine ist, dann alles klar, hier ist er, dann amendet er es als fix ab, Commit, und gibt das nochmal als log aus. Wenn es null sind, sagt er, ja, da gibt es gar keine Dependency, da kann ich auch nichts mit anfangen, das sind dann wahrscheinlich auch tatsächlich Sachen, die man einfach als einzelne Commit halten will. Und er macht halt einfach wieder einen Reset, minus minus soft, sodass er den Staging-Counts wiederherstellt. Also das Skript an sich ist weitgehend trivial, ich kann das gerne nochmal hochladen. Ja, bitte. Ja. Ich muss sagen, wahrscheinlich tritt der Case tatsächlich erst auf, wenn man irgendwie an Branches arbeitet, die man wirklich hübsch haben will. Den Case hatte ich bisher nie so groß, bis jetzt, vor einer Weile, dass es mich so weit gestört hätte, dass es tatsächlich mal was dagegen getan hätte. Achso, und man braucht, das gibt Debs, leider. Gibt Debs. Wieso leider, das ist cool. Ja, es ist cool. Oh, Verzeihung. Es ist cool. Der Typ, der das gemacht hat, hat es auch nett gemaintaint und es hat auch, man kann dann irgendwie ein Web-Interface launchen, in dem man sich lustig die Dependency-Graphen anzeigen lassen kann. Das ist auch nett, wenn man wissen will, wie die Commits, an denen man arbeitet, gerade aussehen. Aber dadurch hat er halt auch einen riesen Haufen Dependencies hier drin in seinem Programm und dann brauchst du irgendwie, wo ist das hier, Manual Installation, ntm installen und dann Browserify, Coffeeify. Das ist ein bisschen sehr scheiße. Aber, also, das pure Skript ist in Python geschrieben und man braucht nur Python pygit 2. Das ist die einzige Dependency, die man braucht, um einfach Git-Debs auf der Kommandozeile machen zu können. Dann gibt es die Commit-Hashes aus, die man tatsächlich braucht. Ich habe auch das ganze Graffel hier unten am Job nicht installiert, weil es läuft auch ohne, solange man nicht das Web-Interface starten will. Man kann es sich auch über den Dock heißen. Ihr seht was, ich meine, das Ganze ist leider nicht so lightweight, wie es sein könnte. Und ich musste auch erst einen kleinen Patch submitten, weil irgendwie das Ding momentan... Ah ne, der hat den geclosed. Okay. Ist der denn jetzt drin? Ich weiß es nicht. Das Problem ist, dass Python pygit 2, die haben einen Breaking-Change gemacht, irgendwie vor einem halben Jahr oder Jahr. Das heißt, je nachdem, wo euer Python pygit 2 eure Library da ist, braucht ihr entweder den alten Branch oder den neuen mit dem Patch von mir. Das hat nicht lange gedauert. Also, wenn man sich das anguckt, dann ist das eine Sache von reinen Minuten, aber es war halt irgendwie schon was anderes als AppGetInstall. Das ist leider so. Andererseits, wie gesagt, es ist im Grunde nur dieses eine Python-Skript hier. Alles andere ist komisches Beiwerk und das Python-Skript läuft, sobald man diese eine Python-Library installiert hat. Also, es sieht erstmal schlimmer aus, als es ist. Ich hab mir am Anfang gedacht, es sieht super aus, aber hab ich gar keinen Bock zu benutzen. Und naja, es hat sich dann doch umgesinkt. Und jetzt ist es nicht Ruby, das heißt, es hat eine Chance, in 2 Monaten noch zu funktionieren. Ja, das hat aber halt, wie gesagt, schon mal nicht geklappt, weil vor einem halben Jahr hat das gebraked. Noch mal so eine Anmerkung, wenn du mehrere potenzielle Kandidaten hättest, für die das ein Fix-Up wäre, dann kannst du ja wahrscheinlich einfach deinen Commit bzw. deinen Fix-Up weniger groß machen, würde ich mal sagen. Ja, wobei die Fix-Ups neigen dazu, wirklich extrem klein zu sein. Also meistens sind es echt nur so in zwei Zeilen bei mir. Ja. Und selbst dann hast du noch das Problem, dass du auf mehrere Commits brauchen könntest? Ja, das passiert dann, wenn ich zum Beispiel diese Tippfehlerzeile, wenn ich die zweimal schon in Commits geändert hätte, dann gäbe es ja zwei Commits, die ich beide brauche als Dependencies. Verstehe, ja. Und man kann natürlich auch den letzten dann immer draufschmeißen, aber gerade bei Code-Änderungen ist das manchmal nicht wichtig. Ja. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, vielleicht ist es sinnvoll, das aufs Letzte draufzuschmeißen, kann sein, aber bisher... Na, die Änderung, die du machst, machst du ja relativ zum letzten Commit, den du hast. Ja. Damit müsste das ja eigentlich tun. Aber nicht immer. Also es kann zum Beispiel sein, dass es, wenn ich zwei Zeilen habe, dann sind die ja trotzdem noch im Prinzip eine Dependency String. Und es kann halt schon sein, dass sich zum Beispiel in den zwei Kommentarzeilen, habe ich in der oberen irgendwie noch was geändert, aber der Tippfehler, den ich fixen will, der war schon vorher drin. Dann will ich, dass dieser Tippfehler fix in dem ersten Commit drin ist und nicht im zweiten. Ja. Ja, wenn er schon drin ist, dann siehst du ihn ja nicht mehr. Dann kommst du nicht auf die Idee, dass du das überhaupt machen willst. Aber also die Idee von dem ganzen Ding mit der hübschen History ist ja, dass dieser Tippfehler schon im ersten Commit gar nicht erst auftritt. Wenn ich ihn im ersten habe und im zweiten fixe, dann ist das ein unnötiger Change, den ich in meinem Branch drin habe, weil ich es einmal kaputt und einmal richtig hingeschrieben habe. Aber die Idee ist ja, ich will es sofort in richtig da stehen haben. Weil der Reviewer, der will nicht wissen, wie ich das gecodet habe, wie lange das gedauert hat und wie viele Fehler ich gemacht habe, sondern der will wissen, wie saß am Ende aus. Und jedes Mal, wenn da solche Changes drin sind, gerade im Code dann auch, wenn Changes drin sind, die sich dann doch nochmal ändern, dann ist es halt doof. Also das wird wahrscheinlich extra. Soweit es mehr als eine Dependency ist, muss man glaube ich sowieso einmal kurz als Mensch drauf gucken, dass man dann weiß, es sind diese drei hier, das ist schon mal ganz okay, dann kann man sich überlegen. Man erkennt es dann meist daran in Commit Messages, okay, aha, das müsste denn welche sein, schmeißen wir es da rein und dann funktioniert das so. Ja. Noch so eine praktische Frage. Gibt es so ein Tool wie KitArsplay, das einfach nur über alle Kommentare nochmal Rechtschreibbuch heißt? Du kannst so einen Commit Hook machen, der dir nicht erlaubt zu committen, bis Arsplay sagt, dass alles okay ist. Das klingt einfach richtig gut wie hier für meinen Code. Naja, ich weiß nicht. Okay, also was Überschuss gut hier! Sorry, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht.